haben sie gerade das ende des kosmos erlebt ich kenne das gefühl wir stehen am rand sie und ich sind jetzt vom selben blut templar für den sieg und so und so wie auch immer sie müssen noch was lernen bevor sie bereit für den ersten kill sind tun sie was in dem brief steht echt jetzt stell dich nicht so doof herumlaufen um ihre sinne wieder zu erlangen zum red cross circus dann gehen wir doch mal zum red cross circus gruppe von riazina beitreten wie kann ich denn ja drücken wenn ich keinen mauszeiger habe mit alt bzw die alt taste drücken dann hast du auch eine mauszeige möchten sie die instanz jetzt wechseln möchte ich das weil ich habe nämlich noch hier meine meine tutorial quest die ganzen gegend sind alle insofern instanziert weil es dürfen nicht zu viele spieler da sein ansonsten ist das flair auch nicht mehr da sonst fragt man sich warum gibt es so viele templar aber über guck dir doch einmal an wo du bist du bist in einem relativ hinterhofartigen teil von london guten tag du siehst aus wie eine 1 1 1 japanisches mädel und du siehst aus wie eine geschäftsfrau so red cross die macht wird siegen die stelle straße zum templarplatz folgen muss man sich merken wo man hier lang geht oder ja du wirst die stadt schon noch gut kennenlernen also so ist es nicht aber du kannst dich auch nicht verlaufen es gibt auch eine karte wenn du drückst das ist dein hauptquartier temple hall ja auch nett sieht ja ganz süß aus irgendwie hinterlässt du waben ja das ist ein also es gibt verschiedene sprint animationen und manche kannst du dir dafür kannst du dir kaufen manche hat man schon aus tsw und ich habe halt ein aus tsw ausgewählt den ich durch meine ich bin jetzt gerade blöd ich finde nicht mehr das museum hey da ist jemand auf dem roller gefahren ist auch so weiter gibt noch pferde aber bords pferde sind doch und was auch immer das blaue hier ist nee ich bin glaube ich schon zu weit nur das blaue dass ich ja nur mit diesen komischen kuchen da übereinander und das man schätze dass die bank freut mich dass sie einer wegbeschreibung folgen können wir werden sicher großartig miteinander auskommen natürlich steht eine einrichtung diese praktisch in den gelben seiten unter kreuzrittern richard sonic tja sie sind unserem aufruf gefolgt sie haben fragen ich habe antworten darauf zumindest einige zunächst einmal sind sie nicht in eine dieser schrecklichen den brown schmunzetten geraten wir sind nicht die tempelritter diese bezeichnung starb im späten 14 jahrhundert aus sowie pagenköpfe und scheiterhaufen nein wir leben im 21 jahrhundert als zukunftsorientierte organisation die ihre stärke aus uralten traditionen bezieht viel loyalität und blut und um ehrlich zu sein aus einer schlagkräftigen privatarmee unsere strenge hand muss die welt vor sich selbst schützen streitende geheimgesellschaften und grausige dimensionen haben wir immer diskret verschwiegen bis die schatten auf der ganzen welt aufgetaucht sind bis der dunkelste aller tage angebrochen ist jetzt sind die beweise im fernsehen für jedermann sichtbar wir sind im krieg die macht wird siegen und es ist unsere aufgabe zu bestimmen wie die macht richtig angewendet wird sie können das bestimmen als mitglied der templar beweisen sie dass sie den willen haben dann zeigen wir ihnen den weg ihre bemerkenswerten kräfte können geschult und kontrolliert werden zumindest soweit das privateigentum davor sicher ist wir haben eigens eine verstärkte ausbildungsstätte für diesen zweck kommen sie danach wieder vorbei also ich soll irgendeine ausbildungsstelle aufsuchen das machen wir mal schnell ich habe immer noch das gefühl das ist sehr leise auf auf in den größten was man noch ein bisschen lauter so die feuerprobe wollen dann schauen wir doch mal was die feuerprobe ist saufen feuerwasser feuerprobe mit schön klassischer musik damit bekommen sie ihre anweisungen und reichen ihre berichte ein bleiben sie erreichbar sie werden feststellen dass unberechenbarkeit hier gar nicht gern gesehen wird gehen sie jetzt von nun an ist das hier für sie der wichtigste raum auf der ganzen welt hier können sie ihre neu entdeckte macht ausprobieren ohne das risiko andere zu verletzen wir haben mit hilfe einiger requisiten unser bestes gegeben um die umgebung so realistisch wie möglich zu gestalten die dämonen sind gefesselt bluten aber ganz normal ja das ist ja nett die dämonen bluten ganz normal das ist schön ein telefon solche auch nicht gehen ja das telefon darüber wirst du und du mal angerufen bei dir geht es noch wir sprechen sie dann wenigstens englisch bei mir dummerweise koreanisch echt das ist ja scheiße die dragons sind komplett koreanisch es ist eine asiatische geheimgesellschaft was wollt ihr denn du hast eine waffe aufgehoben musst du anziehen habe ich doch schon ich soll eine sms lesen wie kann ich denn sms lesen rechts unten neben deinem symbol neben deiner webcam okay sie finden alles was brauchen bei brigadier leite ihre waffen müssen natürlich verbessert werden wenn sie irgendwas bewirken wollen lassen sie sich da mit nicht zu viel zeit wir haben eine dringende angelegenheit zu besprechen kommen sie zu mir sobald fertig sind er ist sonic ausrangierte waffen das verbesserungs fenster habe ich schon ausgerüstete waffe im ziel slot da muss in der ziel slot du musst jetzt der beschreibt jetzt gerade wie du was aufwärtest genau alle vier waffen oder fünfe musst du da reinstecken tada jetzt ist die stufe vier opfern sie eine beliebige waffe um die vorhandene waffe zu verstärken ja habe ich verstanden das ist sogar recht wichtig weil du musst eine waffe immer auf maximale stufe bringen und dann eine zweite derselben slot damit du das dann in die nächste qualitätsstufe aufwerten kannst also von grün zu blau zu episch zu gelb wie auch immer das heißt und das dann zu rot wird dann immer aufwendiger logischerweise und wenn du jetzt da passt es jetzt gerade wieder gesehen eine selbe waffe rein tust also sprich ein ein chaos teil mit noch einem chaos teil aufwerten willst kriegst du das zweieinhalbfache von xp habe ich gerade gesehen also immer besser eine waffe zu nehmen die genau gleich ist wie das andere ding da so mache ich das ich habe bei mir jede haffe und jedes item einmal im inventar und werde es dann untereinander auf also sprich kriege ich dann nochmal was davon werde ich mit dem selben auf alles klar gut wenn man natürlich weiß man möchte nur dd spielen möchte nur diese waffen benutzen kann man das nicht machen aber ich halte mir da immer alles offen so warte jetzt ach ich muss wieder mit richard reden wir müssen jetzt ihre kommende exkursion zu den kolonien wie gesagt das auch nicht vergessen es gibt ja immer drei verschiedene arten von jeder wache ne mhm du redest ihm gerade ins wort verschwand eine kleine insel gemeinde an der küste new englands von der karte vergessen sie die vertuschungs versuche der regierung es sind dunkle mächte am werk solomon island ist ein berüchtigtes fleckchen früher waren dort die illuminaten tätig bevor sie wie alle nach new york sind vergessen sie nicht wir haben eine vergangenheit mit den illuminaten eine ziemlich unruhige sogar jetzt haben wir uns natürlich im namen der waffenruhe die hände gereicht und sind die besten feinde über dem tisch wird gelächelt darunter wetzen alle die messer illuminaten sind rücksichtslos und räumen oft nicht mal ihren eigenen dreck weg wir müssen die wurzel des übels finden das solomon island befallen hat aber ich möchte betonen dass das keine rettungsaktion ist sollte es überlebende geben verkünden sie nicht dass sie auserwählt sind sie vor dem bösen zu bewahren johanna von orleans könnte ihnen sagen warum unser ziel ist die rettung der gesamten menschheit und zwar nicht anhand von individuen ich verstehe wenn ihnen das aufstößt aber naja die heiligen scheine verblassen überall jetzt wo so viel mehr auf dem spiel steht ihre reisevorbereitungen sind bereits getroffen in der u-bahn station von eldwick ich melde mich mhm mhm er meldet sich na dann ähm api galoppi die vintage die vintage zur bahn station tannisch habe gerade mein habe ich das erste ausgestellt dann dort in dem museum ja ich kann das museum wieder finden also ja ich dachte mir ich gehe mal hin weil ich gerade in london bin also man kann hier später dann sein eigenes museum führen und füllen ja ich schätze mal es ist so eine Art von housing mhm beziehungsweise begehbarer Archivement Schrank ein Archivement Schrank ja wo ist denn die dämliche u-bahn da vorne oh hier kann man sogar klamotten shoppen ja ja was machen die waren einmal die klamotten läden soo wir sind bei der u-bahn station hier ist noch so eine legende genau einfach mitnehmen brennst du ihn jetzt gerade mal nach ich ich gehe mit ihm in die agate was ist die agate das soll ich sehen siehst du gleich welcome welcome to agatha mhm die olle agate das ist irgendein weltenbaum über den man alles erreichen kann oder was exakt genau also mal Yggdrasil nachmache ja die anlehnungen sind schon genug da so ist es nicht und ich kann nur mehr aus also wir haben ja gesagt jede jeder mythos jede versprungstil ist hier nicht wahr und warum nennen sie ihn dann agate und nicht Yggdrasil copyright das bezweifle ich die kelten hatten was dagegen ja ich wollte gerade sagen hallo ja also das ist die hohle erde ich habe schon kreis von ausgestellt meine Güte ach hollow earth ist das alles klar nach meiner uhr jetzt genau 100 jahre verspätung um viertel nach aber so wie sie aussehen geht es eher um weltreisen nun dann sind sie hier richtig diese unterirdische welt ist wie die britische eisenbahn ein Musterbeispiel an effizienz agarthas wege wachsen aus dem baum des lebens und führen zurück zur oberfläche entfernung und zeit sind hier biegsam mit einem spaziergang durch messen sie den globus natürlich ist es völlig sicher niemand weiß genau wie es funktioniert die forscher sind deswegen verwirrt aber die besten leute arbeiten daran die besten sie brauchen so etwas passen sie auf faszinierende geräte zum glück gibt es genügen zur freien verteilung das ist praktisch ihr anker zur hohlen erde es bringt es bringt sie blitzartig hierher metaphorisch als auch buchstäblich also dann weiter zur küste von neuer england wie also was mich irritiert ist die kombination aus es ist total sicher aber keiner weiß was passiert oder wie es funktioniert ich finde das widerspricht sich ein bisschen aber gut hier noch mal ganz kurz zu erzählen vier ist das ab für alle drei auch das warte vier die vierte kennst du nur noch nicht ja für alle vier haupt ähm städte halt gehen wir nochmal nach oben da kannst du halt nach dann wieder zurückreisen gehen in london kannst aber auch nach so und ähm new york oder halt in die uralte bibliothek die da noch viel später kommt dann versunken okay versunken ja ähm agatha sah früher auf den ersten blick genauso aus du musstest aber hier häufig runter springen das haben sie jetzt weg gemacht brauchst nicht mehr warte mal irgendwie erstens ruckelt der hier extrem das bockt mich gerade gar nicht doch der hat ziemlich geruckelt warum auch immer ähm so wir haben irgendwas äh bringt ja auch dazu benutzen sie dieses objekt um es ihren verfügbaren teleporter du hast im inventar so eine kugel wie musst du benutzen damit du die teleporter ne hab ich schon alles gut alles gut ne und irgendwie 500 anima splitter so das innere des großen baums untersuchen alles klar ja ja das ist so ein bisschen das haupt ähm zentrum hier triffst du auch die meisten spieler ja du hast diverse händler die dir irgendwelchen shit andrehen wollen bank und aha das sind die ja alter das geht aber gar nicht ich meine ganz ehrlich wieso ruckelt der so ich weiß nicht warum das bei mir ruckelt ja ne also ich sag's mal so wenn ich stehe und mich umschaue dann ist das alles gar kein Problem ja aber wenn ich irgendwo äh dabei laufe na gut mittlerweile geht es wieder wie gesagt hast ruckelt vielleicht ja nun musst du den kram auch erstmal laden also ne an meinem pc wird's nicht liegen definitiv nicht doch wenns bei dir ruckelt und nicht bei Lingo und mir dann muss es irgendwo an dir liegen hm vielleicht verkraftet der das auch nicht mit dem Stream das Agatha Feld in New England finden ok wir haben hier ich hab hier so ne Legende gefunden ja also man könnte sich mal diese Zeit nehmen und dir die ganzen Legenden zeigen aber das möchtest du jetzt nicht das dauert doch relativ lange genau das machen wir auf Kamera echt falls du das machen möchtest äh ja ich wollte grad sagen das hört sich nämlich nicht danach an als ob ichs machen möchte also sag mal so wenn du es fertig hast äh gibt es glaub ich 10 10 AP ne wenn du so 10 ANIMA POINTS 10 und ich hab jetzt schon 500 äh geschenk gekriegt am Anfang ja weiß ich nicht ne das 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 vertauscht du du hast äh bei dir also Tanja müsste dazu sagen dass es hier dann K.P. und F.P. heißt und nicht A.P.S.P. ähm die K.P.s sind deine ähm Skillpunkte für aktive Skills und die F.P. für passive die sammelst du die ganze Zeit auch zu Ende so ich hab irgendwelche täglichen Belohnungen hier Belohnungen abholen was auch immer genau äh zur Zeit also es gibt halt wie wie ständig halt etwas wenn du dich eingeloggt hast jeden Tag dann dann einmal irgendwelchen also Items sind oder Währungen Blue Mountain Savage Coast und Kingsmith ja das sind die ersten drei Gebiete ähm das Kingsmith damit fängt alles an danach geht's rüber in die Savage Coast und endet dann in Blue Mountain die werden auch immer schwieriger und man kann Level 30 werden ohne dass man Kingsmith oder das mal verlassen hat wenn man das möchte ok ja aber wir wollen doch jetzt nicht die ganze Zeit in einem Gebiet rumhängen das ist ja langweilig nein ich würde dir auch empfehlen bitte die blaue West weit aktiv zu verfolgen die du bei Schritt 6 abgeschlossen hast ähm damit wir auch an die die Investigationsquests kommen genau also du hast was für blaue Quests hä verbleiben wenn du mal einfach J drückst bitte ne erst drück ich F so aktuelle Mission keine genau das kann nicht sein dann hast dann hast bei den aktuellen Quests hast du ja entweder rechts oder wo immer bei dir jetzt das Journal ist ähm verschiedene Quests und dort unter anderem Dämmerung der Endlosigkeit ich hab im Moment keine Quests ist dann geh mal weiter immer ein paar Schritte hier raus du kriegst gleich hier ähm ne Questreihe die müsste sich Dämmerung der Endlos nachteil ah irgendwas tut sich ein Cowboy hey keine Sorge sie sind nicht in der Vergangenheit ich bin nur ganz zufällig der letzte Cowboy sogar mit echter Südstaatenbegrüßung Mesquitbohnen nach Texas Art mit vollem Bauch kämpft das Gute besser ich bin Boone ich bin ein Problemlöser wir beide müssen ein Powwow abhalten bevor sie ihren kleinen Kreuzzug fortsetzen die Templer sitzen zwar auf dem hohen Ross aber dabei reitet man sich auch ganz leicht einen Wolf okay klar kann man verschiedene Ziele verfolgen aber gegen die Finsternis muss man zusammenhalten das ist nicht mein erstes Rodeo und ich weiß dass wir so viel Einigkeit brauchen wie möglich ich sag nicht dass es hier die Hölle ist aber bei Westwind kann man den Schwefel schon beinahe riechen wir wissen nur dass Tod und Nebel vom Meer heraufzogen oder dass sie jemand mitgebracht hat wäre ich ein Spieler würde ich Geld darauf wetten dass dieser jemand noch da ist in Kingsmouth haben sich ein paar Überlebende verkrochen folgen sie einfach der Hauptstraße und dem Klang von Schüssen dann kommen sie zum Sheriff also egal warum sie hergekommen sind finden sie raus wofür die Leute gestorben sind und nehmen sie Rache okay also der Klischee Cowboy hat uns anscheinend jetzt eine Quest gegeben nein der Klischee Cowboy hat nur den ersten Anlaufpunkt der hat aber auch eine Quest für eine Handvoll Zombies habe ich hier genau soll ich die mitnehmen ja bitte wenn du jetzt trotzdem mal J drückst solltest du auch hier eine Dawning of the Endless Night haben ja ich hab erstmal jetzt wieder noch eine Sequenz ja erstens zweitens rausfinden wie man sie unten hält ist nicht richtig dass die Toten rumwandern sie verdienen ihr Grab wie jeder andere auch egal ich muss ihr Wache halten und sie haben zu tun aber sie könnten unterwegs ein bisschen aufräumen ja finden sie raus wie sie ticken und wie man dieses Ticken stoppt dann spendiere ich ihnen ein Bier am Apocalypse und jetzt los in den Sattel das Ende der Welt wartet auf niemanden ja Mr. Klischee Cowboy machen wir hm hm so jetzt äh soll ich J drücken genau wenn du da Dämmerung einer endlosen Nacht habe ich hier das ist doch das was Dämmerung einer endlosen Nacht ist deine spielumfassende Story Mission für für die ersten drei Regionen also Kingsman und da soll ich jetzt für eine Handvoll Zombies für Jack Boone abschließen genau aber eine Handvoll Zombies hat mit deiner Story Mission doch das ist erste Aufgabe dann ja naja egal ich bin äh hier festgeklebt so ich bin mal ganz kurz AFK so für zwei Minuten und hole mir noch ein Käffchen eine kleine Pinkelpause und dann äh können wir direkt weitermachen hier stehen wir sicher oder? ja ja naja alles klar dann bin ich sofort wieder da wir können dich grad so beschützen sehr gut ich bin jetzt gerade hin so was 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 für Boxen ich bekomme auch rechts am Bildschirmrand wie ich gerade im Film gesehen habe blinkt was mach das mal auch zehn Kraftpunkte ja alle beanspruchen ja ich habe meine gelieferten Objekte erfolgreich geclaimed ja wunderbar so ich äh jetzt sollen wir Zombies umbringen na und drück mal auf SK und so so was man hier an dieser Stelle was ich jetzt eben noch erwähnen wollte wenn man in unterschiedlichen Level Größen in einer Gruppe ist musst du um XK bekommen als erstes auf die Mökels draufhauen äh hä jetzt du musst die Mops angehauen haben damit du auch von den Mops äh aber es ist egal ich muss es nicht als erstes tun doch naja du sollt ja dadurch dass der Stufenunterschied jetzt so groß ist solltest du das als erstes tun ansonsten sind die Mops tot ah ok alles klar wenn du da nicht als erstes draufhauen dann sind die Mökels einfach Asche äh wir zeigen dir einfach wie man ganz schnell Mökels kriegen kann doch Mökels hier sind Mökels das ist ein Schritt weiter aber die können ja auch alleine killen ja das ist ok eine Gruppenquess genau da vorne sind noch mehr Zombies natürlich guck auf deine Quest die dir sag soweit sagt sie dir nicht töte Zombies wie soll irgendwelche Autos Autos ach auf Autos springen und Alarm auslösen alles klar sofern sie eine Alarmanlage haben das siehst wenn in dem Auto so ein rotes Licht blinkt du machst halt eine Alarmanlage ja äh auch einfach da wo der rote Pfeil ist ja hier ging zum Beispiel ah von Alarm angezockte Zombies töten angetockte? äh angelockte nicht verwirrt sein das gelbe Schild ist von mir ah ok äh jetzt soll ich da hinten irgendwo Benzinkanister anzünden und Leute reinlocken und Leute reinlocken hm 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 kann ich aber irgendwie nicht oh doch Autsch da oben sind es auch ok such dir welche rennt nicht ewig reinlocken ja das hat doch funktioniert ja und jetzt solltest du den nächsten Festschritt haben halb gefressene Leiche soll ich untersuchen naja die ja hast du hier hast du immer mal ein paar die rumstehen und irgendwas fressen am Boden neben der Straße ja ah so die sowas hier ja bestimmt ja oh irgendwas ein Fleischklops nach Überlebenden in Kingsmith suchen ok das ist jetzt aber ziemlich weit also ein weiteres seht ihr das wo ich wo 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 ich hin muss? wir haben dieselbe Quest genau dasselbe wie du oh hier ist eine Polizisten Leiche soll ich die annehmen? das ist eine Nebenquest so sieht das Symbol für Nebenquest aus ja nein vielleicht ja immer annehmen annehmen du kannst drei Nebenquest annehmen und eine Haus vielleicht irgendwer aufs Auto wird die Munition auf dem Wagen nehmen ok die Munition auf dem Wagen nehmen äh Deputy Andy Finn wo auch immer der ist in Kingsmith ah oder einfach auch mal da gucken wo du dein Bestfall hinfügt also das dieses Spiel nimmt dich sehr an die Hand da wo du hinlaufen musst irgendwas schlägt dich da irgendwas schlägt dich da ich habe den frischen Zombie den ich nicht angreifen kann ja den kann ich auch nicht angreifen renn weiter netter Bug ich weiß auch nicht was hier frische Zombies zu suchen hat hier rennen eigentlich nur gefräßige rum ja geil tut mir wohl nichts